Die Wahrscheinlichkeit, dass die Straße vor einem von einer Kamelherde blockiert wird, ist in Österreich verschwindend gering. Umso verdutzter müssen Autofahrer und Fahrerinnen nahe Salzburg bei diesem Anblick geschaut haben. Insgesamt acht Kamele spazieren seelenruhig über die Fahrbahn der Halleiner Landesstraße und lassen sich bei ihrem kleinen Ausflug auch nicht von heranfahrenden Pkws beirren. Wie die Polizei Salzburg auf Facebook mitteilt, marschierten die Tiere um drei Uhr nachts in Richtung des Bahnhofs. Kurz zuvor waren die Kamele aus ihrem eigentlichen Zuhause, einem benachbarten Zirkusgelände, ausgebüxt, nachdem es dort zu einem Stromausfall gekommen war. Der Zwischenfall verlief glimpflich. Laut Polizeiangaben gab es weder Sachschäden noch verletzte Menschen oder Tiere. Wie Merkur berichtet, wurden die Kamele mithilfe der Beamten schließlich wohlbehütet zurück aufs Zirkusgelände gebracht, wo sie hoffentlich noch lange von ihrem abenteuerlichen Ausflug zehren können.